Die Juden in Medina, sie ließen den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm nicht in Ruhe. Sie beleidigten ihn, schmähten ihn und brachen ihre Verträge, die sie mit den Muslimen hatten. Nicht nur das, sie ließen selbst die Engel nicht in Ruhe. Selbst die Engel hatten keine Ruhe vor ihnen. Engel wie Jibril, Friede sei auf ihm. Sie verabscheuten ihn, weil er der Engel war, der mit der Strafe hinabgesandt wurde. Darüber hinaus sagte der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass der Prophet Suleyman einer der Propheten Allahs ist. Und es wird von Ibn Abbas berichtet, dass Suleyman einen Schreiber hatte namens Asif. Und dieser Schreiber schrieb alles von Suleyman, Friede sei auf ihm auf. Und Suleyman kontrollierte den Wind, die Vögel, die Djinn mit der Erlaubnis Allahs. Und er hatte ein unglaubliches und gewaltiges Königreich. Dieser Schreiber schrieb für Suleyman, Friede sei auf ihm. Er schrieb wichtige Sachen auf. Unter anderem den Ismul-A'vam, den gewaltigsten Namen Allahs. Und Suleyman kannte diesen Namen. Und dieses wertvolle Buch befand sich unter seinem Thron. Die Satane hatten keine Chance, es mit Suleyman aufzunehmen. Sodass sie sich ihm nicht einmal näherten. Sie wagten es nicht einmal, ihm zu nahe zu kommen, so mächtig wie er war. Hätten sie es dennoch probiert, so wären sie unverzüglich verbrannt. Als Suleyman Friede sei auf ihm jedoch starb, hat sich die Möglichkeit für sie ergeben, nun das zu tun, was sie sich vorher nicht einmal in ihren Künstenträumen vorgestellt hat. Sie fingen an, alles zu durchforsten. Und fanden schlussendlich das Buch unter dem Thron des gewaltigen Propheten Suleyman, Friede sei auf ihm. Dort waren heilige Worte enthalten und vieles mehr. Die Satane und die Djinn, sie mischten diese Worte mit Zauberformeln und satanischen Aussprüchen. Als sie es verfälschten, übermittelten sie das Bild an die Menschen, als wäre Suleyman in Zauberei involviert gewesen. Und er habe ja all die Kraft gehabt, weil er ein Zauberer war und weil er Zauberei anwendete. Die Menschen lasen dann diese Bücher und fanden Zauberformeln vor. Unglaube, satanische Aussprüche. Was glaubten die Menschen nun? Sie glaubten, dass der Prophet Suleyman all diese Macht aufgrund der Zauberei hatte. Er kontrollierte das alles aufgrund dieser Zauberei. Und diese Verleumdung machte sich unter den Menschen breit. Sie hatten dieses schlechte Bild von diesem edlen und mächtigen Propheten, Friede sei auf ihm. Als dann der Prophet Muhammad Allahs Segen und Frieden auf ihm, tausende Jahre später kam und den Menschen beibrachte, dass Suleyman ein rechtschaffender Prophet Allahs ist. Dann kamen die Juden und sagten, was ein Prophet? Suleyman ist ein Zauberer, ein Ungläubiger. Möge Allah uns bewahren, solche üblen Worte über diese rechtschaffenden Propheten zu sagen. In der Surah Al-Baqarah, Vers 102, heißt es, Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleymans den Menschen verlasen. Nicht Suleyman war ungläubig, sondern die Satane waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harud und Marud herabgesandt worden war. Dieser Vers wird unterschiedlich von den Gelehrten verstanden. Man kann den Vers auch so verstehen, nach einigen Gelehrten, sodass es bedeuten würde, Und es kam nicht herab auf die beiden Engel, also die Zauberei kam nicht herab auf die beiden Engel. Welche beiden Engel? Nicht Harud und Marud, sondern Jibril und Mikael. Denn die Juden beschuldigten sie der Zauberei. Und laut diesem Verständnis des Verses ist es als Schutz dieser beiden Engel zu verstehen. Und zwar, dass auf Jibril und Mikael nicht die Zauberei herabkam. Das ist ein Verständnis von diesem Vers. Somit praktizierte weder Suleyman die Zauberei, noch Jibril, noch Mikael. Und sie sind alle unschuldig und es sind lediglich Lügen, die sie über diese ehrenvollen Weseln verbreiten. In diesem Vers geht es um Seher, um Zauberei. Und Zauberei ist Kuffer, Unglaube. Der Prophet Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, derjenige ist nicht von uns, der Zauberei begeht oder für den Zauberei begangen wird. Und es ist für einen Seher, für einen Zauberer, beinahe unmöglich, die Stufe eines Zauberers zu erreichen, ohne dass er Unglaube begeht. Sogar die schlimmste Art des Unglaubens. Was sind die Praktiken dieser Zauberer? Zu ihren Praktiken gehören, dass sie den Mus'haf mit Exkrementen beschmieren oder mit Menstruationsblut. Sie treten auf den Mus'haf. Von ihnen gibt es welche, die Allah Tag ein Tag aus beleidigen. Und deswegen fallen die richtigen Zauberer ausnahmslos vom Islam ab und sind Ungläubige. Nicht nur das. Selbst wenn man zu einem Wahrsager geht und an das glaubt, was dieser Wahrsager prophezeit, so hat man Unglaube begangen. Warum ist das so? Denn wenn man glaubt, dass er die Zukunft prophezeit, gibst du diesem Wahrsager eine Eigenschaft, die nur Allah dem Erhabenen alleine zusteht. Und das ist Unglaube. In dem Vers ist die Rede auch von Harut und Marut. Es gibt sowohl die bekannte Meinung, dass Harut und Marut zwei Engel waren. Allerdings gibt es auch eine Meinung unter den Tafsir-Gelehrten, dass es zwei Satane waren. Wie kommen sie darauf? Wieso sagen die einen, es sind zwei Engel und die anderen sagen, es sind zwei Satane? Je nachdem, wie man die Sätze in diesem Vers versteht, bekommt man eine entsprechende Bedeutung. Dann würde man Harut und Marut als eine Art Opposition zu den Satanen ansehen. Demzufolge würde der Vers dann so verstanden werden. Es lehren den Menschen in Babylon die Magie Harut und Marut. Es gibt also in Bezug auf Harut und Marut mehrere Meinungen, dass es zwei Engel sind oder zwei Satane. Der Punkt ist, dass diese beiden, was auch immer sie letzten Endes wirklich waren, und Allah weiß es am besten, sie brachten den Menschen die Zauberei bei. Aber sie brachten es nicht nur bei, sondern sie warnten sie auch davor. Und die Zauberei fing an, sich besonders im Irak zu verbreiten. Denn Babylon liegt im Irak. Zu den größten Schäden, wofür diese Zauberer verantwortlich sind, sind unter anderem, dass sie die Ehepaare dazu bringen, dass sie sich gegenseitig hassen. Sodass der Mann anfängt, seine Frau zu hassen und die Frau anfängt, ihren Mann zu hassen. Sodass sie sich am Ende sogar trennen. Und wir finden das in einem Hadith, in dem die Armee des Satans zu Iblis geht und sagt, ich habe ihn dazu gebracht, Sinna zu begehen. Dann sagt Iblis, das ist nichts. Und dann kommt der Nächste und er berichtet, was er erreicht hat. Und das geht immer so weiter, bis dann einer kommt, von den Soldaten des Satan, und er sagt dann, ich habe dafür gesorgt, dass sich ein Ehepaar getrennt hat. Dann sagt Iblis, du bist es, du bist es. Warum liebt der Satan diese Trennung und Zerstörung? Weil es der Verfall einer ganzen Gesellschaft bedeutet. Wenn du eine Gesellschaft vernichten willst, dann fang bei den Familien an. Und deswegen wird diese Tat als so besonders betrachtet von Iblis. Sodass er zu seinem Soldaten sagt, du bist es. Du hast etwas erreicht. In dem Vers heißt es, sie unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, so werde darum nicht ungläubig. Und so lernten sie von ihnen beiden das Zaubermittel, womit man Zwietracht, womit man Streit zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Wenn du also deine Afkar sprichst, wenn du also deine Bittgebete sprichst, morgens und am Abend vor dem Schlafen gehen, bevor man auf Toilette geht, bevor man das Haus verlässt, wenn man diese Sachen spricht, so schützt man sich. Und die Zauberer werden dir mit Allahs Erlaubnis nicht schaden können, außer mit der Erlaubnis Allahs. Allah kontrolliert alles. Und nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Satane waren es. Sie brachten den Menschen die Zauberei bei. Und wenn man diese Verse rezitiert, auf einen Verzauberten oder an Orten der Zauberei, so wird es sie bloßstellen. Und diese Verse werden sie erniedrigen. wa sallallahu ala muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.